Der FC Futsal Tirol ist in der Gruppe West der 2. Bundesliga das Maß aller Dinge. Das Team von Trainer Karl Kraxner und Thomas Dörflinger beendet die Vorrunde, ungeschlagen mit 5 Siegen und 15 Punkten. Im letzten Spiel der Vorrunde spielt der FC Futsal Tirol in den weißen Dressen, das Innsbrucker Derby gegen HTTP Sport Innsbruck. Im Dress des FC Futsal Tirol ist auch Wackerspieler Marcel Schretter zu finden. Marcel und Kollegen deklassieren den HTTP Sport Innsbruck deutlich mit 9 zu 2. Für FC Futsal Obmann Manfred Lechner ist die klare Dominanz in der Gruppe West ein Auftrag für ein erfolgreiches Abschneiden im Playoff der Meisterschaft.